Wir sind jetzt mitten im Videodreh, alles läuft super, es ist einfach genial und ich bin ganz gespannt wie es weitergeht. Das wäre auch cool, ich meinte, das wäre ein Foto oder so. Ach so, sag schon. Dann lassen wir es wieder. Jetzt fliegen wir im Sonnenschein, trinken ein Mojito, Bikini, Danga, oh la la, this is so bonito. Komm mit mir ins Paradies, sorgenlos und frei, das blaue Meer und Sonnenschein und du bist mit dabei. Nur sag ich mir oben gar nichts, bis zur Hüfte darf ich mich bewegen. Die Geschichte des Titels Bonito, ein Sommersong, sollte frisch sein, sommerlich. Ich denke, dass wir das mit der Therme Erding gut getroffen haben. Denn hier ist ein super Feeling, also einfach genial. Hey, hoi, wir sind super. Ich sehe dich, ich füße. Du musst proben, proben trinken. Ja, ja. Das Casting lief über Facebook, eine geile Aktion gewesen. Haben zwei, drei, vier Mädels mitgemacht. Jetzt haben wir noch einen vom Team dabei, den Joe, einen tunesischen Tänzer. Es wird sicherlich auch noch eine ganz tolle Sache heute. Lass uns in den Süden ziehen, in der Sonne liegen. Lass uns einfach glücklich sein und das Leben lieben. Komm mit mir ins Paradies, wo die Freiheit ist. Langeweile gibt's da nie bonito ins Paradies. Oh, mein Baby, siehst du dich, bonito, bonito. Guten Abend. Wie jedes Tisch. Gut. Alles grün. Ja, bei dem heutigen Videodreh haben wir ein Phantom im Einsatz. GPS gesteuert mit Kompass, Barometer und wird über Satellit gehalten. Eigentlich noch besser als ein Schwebestativ. Ich habe mich für ein deutsches Produktionsteam entschieden. Ich habe mich für ein deutsches Produktionsteam entschieden. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht in der deutschen Musikbranche. Ich habe da BV-Filme gesehen und war total begeistert. Die haben schon mit Michael Wendler gedreht, mit dem Nockheim Quintett. Und das jetzt natürlich mit mir drehen, das ist ja ein purer Wahnsinn. Gute Musik Lass uns in den Süden ziehen, in der Sonne liegen. Lasst uns einfach glücklich sein und das Leben lieben. Komm mit mir ins Paradies, wo die Freiheit ist. So, das waren ein paar Ausschnitte aus dem Videodreh von Bonito. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und mich würde es natürlich besonders freuen, wenn ihr diesen Song auch runterladen würdet, bestellen würdet und die Adresse dazu findet ihr hier unten. Ich würde mich freuen und ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Bis bald, eure Fabrizia.